Schließen meine Augen, schieh jedes Trenn, küsse auf der Portion, die endlich ist ein Trenn. Oh, let's go! Als du zwischen uns Rauch bist, wilder Trenn, die Ferne bist, und an die Karte zeigt, dass es uns wechseln für uns, wie viel atemlos durch die Nacht spiel, was der Lied mit uns macht. Hau zählen los! Die Schneeparty des Winters fand am 7. Februar in Erwald statt. Die traumhafte Kulisse bildete das Tiroler Haus auf der Erwalder Alm. Wetter und Panorama ließen keine Wünsche offen und auch musikalisch wurde den zahlreichen Besuchern einiges geboten. Hab, ich soll was riskiert, und sei, dass der von dir, und jetzt, ja, ole! Komm, rein, was schon doch unfrühstolz! Die Tänzerinnen von Julia Ecks begeisterten mit Showanlagen der Extra-Klasse und waren selbst von der Schneeparty mehr als angetan. Unglaublich! Also wir genießen auch so die Sonne, diese wunderschönen Pisten, die Landschaft, die Berge. Wir wollen am liebsten die nächsten Wochen einfach nur hierbleiben. Ein Wunsch, der nachvollziehbar ist, auch für den Gastgeber selbst. Traumwetter, jeder hat eine Gaudi, was will man mehr? Dem Wunsch nach mehr Musik kam unter anderem der Wadeltreiber nach. Ja, das erste Mal in Rom in dieser Bilderbuchkulisse, muss man fast sagen. Es ist ein Traumwetter. Die Leute sind super drauf, einfach der Schnee passt und die Stimmung war super, einfach genial. Sehr gut, unser letzter Tag heute hier. Schöner Abschluss, top Wetter, alles gut. Einfach genial ist auch die Show der Sumpfkröten. Die Musiker haben sich im Laufe der letzten 15 Jahre an die Spitze der Live-Musikszene gespielt. Das Erfolgsgeheimnis ist ganz einfach, dass wir unsere Musik lieben. Das heißt, wir spielen jeden Ton live und wir leben die Musik. Nach drei Takten fühlen wir uns einfach in jeden Song rein und Bewegungen und Moves auf der Bühne passieren automatisch. Und wenn du diese Energie auf der Bühne in der Band hast, dann irgendwann springt der Funkler automatisch ins Publikum über. Das Tiroler Haus hält für die laufende Wintersaison noch ein weiteres Highlight parat. Beim Schlager Open Air am 21. März werden Live-Konzerte von Nordband, Sigrid und Marina und dem Vox Club für ausgezeichnete Stimmung sorgen. Wir freuen uns schon drauf und hoffen auch, dass viele Leute wiederkommen. Und natürlich auch auf das Wetter, wie es heute ist.